Willkommen zu den Vivi News, die nächste Mighty Series erscheint auf Vivi von Guardians of the Galaxy, unter anderem schauen wir uns die Drop Details an für den nächsten Comic Drop und auf jeden Fall noch einige Kommentare von David Yu über die Capcom Lizenz, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest, deswegen würde ich sagen, starten wir heute auch direkt rein in die News, aber bevor wir das machen, solltest du den Kanal definitiv abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, rein starten tun wir an dieser Stelle mit den Marvel Mighties, die wir sehen werden, nämlich zu Guardians of the Galaxy, beziehungsweise zu dem neuen Film von Guardians of the Galaxy, Folge 3 und hier sehen wir insgesamt 6 Marvel Mighties am Mittwoch, dem 24. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit, das Ganze wird natürlich an dieser Stelle hier im Blindbox Format wie immer sein, und außerdem ist es hier tatsächlich die 10. Series, die wir von den Mighties insgesamt sehen werden. Meiner Meinung nach sehen die jedenfalls gar nicht mal so schlecht aus, der eine oder andere hat hier auf jeden Fall eine andere Meinung, aber ich finde die eigentlich ziemlich cool und ich kann mir eigentlich mittlerweile es gar nicht mehr anders vorstellen, dass wir nicht dieses Jahr Fidget Hills mit diesen Marvel Mighties sehen, die sehen einfach wie gemacht dafür aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das eintreffen wird oder nicht und du schreibst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, nimmst du den ganzen Job mit oder nicht. Ich gehe davon aus, dass wir hier wieder einen Listenpreis von in etwa 13 Gems pro Blindbox sehen werden. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns doch ganz kurz die Drop Details an für den nächsten Comic Drop und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 4 aus dem Jahr 2014. Das sind einmal die Cover, die wir hier alle sehen werden, unter anderem wird das Ganze am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen und natürlich wieder mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern und das Ganze wird eine Edition von gerade mal 7500 Stück haben, unter anderem natürlich wieder einen Listenpreis von 7 Gems und ja, ist natürlich an dieser Stelle hier wieder relativ rar, ich gehe aber nicht davon aus, dass es tatsächlich ausverkauft gehen wird. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde jedenfalls hier die Sequel Gear wie auch die Ultra eigentlich ziemlich cool gemacht, aber das ist einfach Geschmackssache, das Comic selber hat nicht wirklich viel Value. Ansonsten kommen wir noch auf einige Kommentare von David Yu zu sprechen, was die Capcom Lizenz angeht und zwar habe ich nämlich unter anderem hier auf den ersten Post von Vivi reagiert, wo wir Monster Hunter bekommen haben jetzt mit den ersten Drops gestern, die meiner Meinung nach irgendwie ja doch besser liefen als gedacht. Hier habe ich nämlich geschrieben, the beginning of something much bigger in my opinion, very excited to see what come in the future. Also das heißt, dass es im Prinzip nur der Anfang ist von etwas sehr viel Größerem und ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, was in der nächsten Zukunft auch kommen wird. Und er hat hier dann darauf geschrieben, ihr habt no idea, ich persönlich habe schon eine Idee, was da kommen könnte, denn es wird wahrscheinlich hier auch ein Spiel geben in Zukunft mit Capcom zusammen. Denn wenn man sich mal Capcom anschaut, eigentlich was die wirklich machen, die sind halt auch unter anderem mit einer der erfolgreichsten Franchises, beziehungsweise auch ein sehr erfolgreiches Franchises, was Gaming angeht. Unter anderem haben sie hier zum Beispiel Monster Hunter World das Videospiel 18 Millionen Mal verkauft, Resident Evil 13 Millionen Mal, Resident Evil 4 haben sie über 11 Millionen Mal verkauft. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Verkäufe im Gaming-Bereich und dementsprechend kann ich mir eigentlich schon fast gar nicht anders vorstellen, dass wir hier auch Gaming mit Capcom zusammen sehen werden. Unter anderem wird ja auch Monster Hunter World ein neues Spiel releasen. Dort könnte es auch möglich sein, dass man zum Beispiel die NFTs aus Vivi mit rüber transferieren kann und dort dann zum Beispiel bestimmte Vorteile bekommt in dem Spiel und so weiter und so fort. Auch da gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie hier Capcom zusammen mit Vivi zusammenarbeiten kann, einfach um da einfach coole, coole Features zu generieren. Ich bleibe aber natürlich weiterhin gespannt, was da kommen wird und welche Lizenzen wir noch sehen werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir als nächste Lizenz hier auch Street Fighter sehen werden auf Vivi. Wann, das werden wir sehen, aber ich gehe davon aus, tatsächlich noch in diesem Jahr. Ja und ansonsten kommen wir mal ganz kurz auf ein Thema zu sprechen und zwar nämlich das Thema Viviverse. Das Ganze ist ja immer noch in Verzögerung. Ich habe aber tatsächlich interne bzw. interne Informationen so ein bisschen von jemandem bekommen, der gesagt hat, dass das Ganze auf den 1. Juli verschoben ist. Die Quelle ist auch relativ zuverlässig an dieser Stelle und das Ganze ist anscheinend aus einer internen E-Mail. Dementsprechend der 1. Juli scheint jetzt relativ fix zu sein, muss man sagen. Es gibt natürlich aber immer noch die Möglichkeit, dass sich das Ganze weiter verzögert. Das Ganze liegt aber anscheinend auch wirklich nicht an Vivi, sondern an dem Hersteller selber, nämlich Canware Us, die das Ganze für Vivi bauen. Denn die haben ja einfach noch einige Schwierigkeiten anscheinend gehabt bzw. wollten das Ganze noch so gut optimieren wie möglich. Deswegen heißt es auf jeden Fall weiterhin Geduld haben, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen und hoffentlich dann die ersten Beta-Accesses für die Leute geben am 1. Juli. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vivi-News, die du da draußen definitiv wissen solltest. Deswegen, wenn dir das Ganze im Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen, bis zu sehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.